Moin moin, um diesen kleinen Ball soll es hier gehen in dem Video. Ich habe den hier schon eingeschaltet, man sieht, dass dann blinkt hier alles. Dazu drückt man hier oben auch den kleinen Knopf, da ist auch ein Ladeanschluss. Hier immer ein Hinweis, wo oben ist. Das kann man beachten, wenn man das wirft. Ich wechsle mal kurz die Hand. So, und wenn wir das starten wollen, dann nehmen wir das in die Hand, so wie wir es halt haben wollen. Und dann drehen wir das einmal. Und dann gehen wir auch erst zügig an der Beleuchtung, dass das Ganze läuft. So, und eine Gegensätze, Drehung, lässt es dann wieder aufhören. Ich kriege das jetzt mit einer Hand nicht so gut hin, das ist jetzt einmal zu zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Aber in der Theorie ist es wie folgt, man nimmt das Ganze, guckt wo oben ist, senkt den ein bisschen an. Im Optimalfall aber in diese Richtung, je nachdem wie man will, dass er zurückkommt. Und dann schmeißt man ihn vorsichtig mit einer Druckbewegung weg und dann kommt er zurück. Ich könnte theoretisch einmal in den Flur gehen und das probieren. Ja, aber mit einer Hand oder auf dem Bild hier wird das eine schwere Nummer werden. So, hat man schon gesehen, als ich ihn nicht zurückgekommen habe, aber schon sehr zügig. So, und dann wirft man ihn immer so von sich weg. Untertitelung des ZDF, 2020